Ja, ich weiss gar nicht wahr, auf jeden Fall. Das Buch hat eine Thematik und eine Sprache, die sehr heftig ist. Mhm. Mhm, 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 du musst schon die Augen gross aufreissen. Ich finde, es ist schlecht vermarktet, weil es ist überhaupt nicht humorvoll. Über dem Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über dem Bücherrand hinaus. Hoi, schön bist du hier, ich bin über dem Bücherrand. Mein Name ist Sarah Christen und man hat ja so seine Vorstellungen von etwas. Wie etwas ist, wie etwas war, was man für eine Meinung hat. Und dann wird alles durchbrochen. Durch eine Aussage, ein Bild, eine Geschichte oder eben auch ein Buch. Bücher von allem helfen ja einem, in Welten einzutauchen, die man nicht kennt, aber auch die, die man glaubt zu kennen. Man blickt sozusagen hinter eine Fassade. Und solche Bücher, die lernen wir heute kennen. Und zwar werden die vorgestellt von der Livia Burrata. Sie ist Buchhändlerin bei der Orel Füssli-Filiale beim Zürich Flughafen. Hoi, schön bist du hier. Hallo. Für dich, die die Stimme jetzt wiedererkennen. Ja, Livia war auch schon mal bei mir im Podcast. Dort haben wir über Frauenfiguren, Stereotypen in der Literatur geredet. Und jetzt hast du hinter die Fassadenblicken sozusagen mitgebracht. Du willst es wissen, du willst es ein bisschen deep-diven. Ja, also es ist so, einer der Gründe, die ich gerne lese, ist halt wirklich das, in etwas tiefer hineinschauen, etwas besser kennenlernen und eben am liebsten von jemandem, der das selber erlebt hat oder zumindest die Recherche dazu betrieben hat. Das ist wirklich so etwas, das mich mega interessiert und ich auch gerne lese. Bist du generell eine neugierige Person? Hey, es kommt natürlich darauf an, was. Aber wenn mich dann etwas interessiert, dann würde ich es schon gerne wissen und dann halt eben auch ein bisschen tiefer, einen tieferen Einblick überkommen. Und das schaffen die Bücher halt wirklich mega gut. KritikerInnen könnten ja jetzt sagen, ja, für das gibt es ja das World Wide Web. Warum entscheidest du dich für Bücher? Also nicht nur das World Wide Web, es gibt ja auch unzählige Sachbücher und so. Und ich finde halt einfach den Zugang mit einer Geschichte zusammen oder zumindest so eine kleine literarische Form, kann ich viel besser aufpassen, ich kann mir viel mehr merken, ich kann viel schneller eintauchen und je nach Buch macht es dann halt wirklich Spass, um diese Informationen herauszuziehen. Und ja, bei einem trockenen Wikipedia-Eintrag, ja, fehlt Passion ein bisschen. Und bei Büchern, dort passiert das halt einfach. Ich finde es dann auch so schön, weil man nimmt sich dann wirklich so mega schön bewusst Zeit. So, hey, ich sitze jetzt hier und ich lese das Buch und ich will mich mit dieser Thematik befassen und ich will mich auch bis zu einem sinnvollen Schluss mit dieser Thematik befassen. Ich will mich auch bis zu einem sinnvollen Schluss mit dieser Thematik befassen. So, jetzt genug recherchiert. Es ist einfach eine mega schöne Begleitung, finde ich. Ja, genau. Und eben je nach Thema bist du dann auch wirklich froh, wenn das Buch irgendwann zu einem Ende kommt und du weisst, okay, ich habe es geschafft, jetzt ist es Zeit, um durchatmen und ja. Und es ist ja wie auch eine Korrektierung von Informationen über ein gewisses Thema. Also ich meine, das sind ja Leute dahinter, die entweder eben selber erlebt haben oder eben sehr gut recherchiert haben. Was ist da so dein Anspruch an diese Recherche oder die Erzählung MX? Ja, also es muss natürlich schon authentisch sein. Also ich tue dann schon gerne, wenn ich jetzt ein Buch gelesen habe und das Gefühl habe, hey, ich habe jetzt mega viele Infos bekommen, vielleicht auch noch mal ein bisschen über den Autor, den Autorin nachschauen. Ist das jetzt wirklich, kann man das da jetzt glauben? Oder ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt irgendwelche freie Autor, Autorinnen liste und dann irgendwie. Also man muss natürlich auch vorsichtig sein, aber es gibt doch gewisse Werke, wo man kann sagen, hey, das ist so, das ist gut recherchiert, das ist eine gute Sache. Ja, vielleicht, wenn man es gelesen hat, vielleicht einmal noch im Google eingeben oder einfach so kurz noch. So gut legitimieren. Ja, genau. Natürlich muss man nicht etwas lesen und dann das Gefühl, hey, ich weiss alles, man kann da immer noch Sachen hinzufügen, irgendwie sich sonst noch informieren. Aber es ist vielleicht einfach mal ein guter Start, ein guter Einblick in etwas. Ein guter Start zum Deep Diven und nachdenklich werden. Ich glaube, das werden wir heute ein bisschen. Und zwar mit welchen Büchern? Welche hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht «Im Westen nichts Neues» von Erich-Maria Grümack, dann «Piff, Puff, Puff, Prostitution in der Schweiz» von Aline Wüst, «Vor aller Augen» von Martina Klavadetscher und «I'm Glad My Mom Died» von Jeanette McCurdy. Gut, es ist nur ein Titelversprechen, dass es heute spannend wird. Wir fangen mit «Im Westen nichts Neues» an. Und bei uns ist es immer so, dass man aus einem Buch vorliest, einen Teil. Und zum Start würde ich sagen, machen wir das doch gar. Wir zerbrachen nicht. Wir passten uns an. Unsere 20 Jahre, die uns manches anderes so schwer machten, halfen uns dabei. Das Wichtigste aber war, dass in uns ein festes, praktisches Zusammengehörigkeitsgefühl erwachte, das sich im Felde dann zum Besten steigerte, was der Krieg hervorbrachte. Zur Kameradschaft. Spannend. Für die, die jetzt im Westen nichts Neues kennen, ist er ein Kriegsklassiker oder vor allem ein Antikriegsklassiker. Willst du mir schnell erklären, was es geht? Also es geht um den Ersten Weltkrieg, nicht um den Zweiten. Und es geht eigentlich um einen jungen Soldat, der sich mehr oder weniger so freiwillig in den Krieg begibt. Mit seinen Freunden zusammen. Und dann ja die Ausbildung, also in die Rekrutenschule kommt und dann ziemlich schnell an die Front. Und halt dann den Kriegsalltag kennenlernt und fürchtenlernt vielleicht auch. Es gibt ja mega viele Bücher über Kriege, jetzt auch in dem Fall sicher den Ersten Weltkrieg. Was hat dich an diesem Buch so fasziniert? Warum hast du das so mitgebracht? Also als ich es ausgewählt habe, war ich eigentlich einfach in der Buchhandlung und habe das Buch gesehen. Und ich habe es irgendwie gekannt. Ich kann dir nicht sagen, woher. Ich habe einfach den Namen im Westen nichts Neues gekannt und gedacht, hey, vielleicht sollst du es mal lesen. Und wahrscheinlich doch durch den Bekanntheitsgrad bin ich eigentlich an das angegraten. Und habe es dann gelesen und es hat mich einfach umgehauen, weil es mega intensiv ist. Weil es, also gerade ich habe es 17, 18, ich habe es gelesen und die Hauptfigur ist auch ungefähr in diesem Alter. Und habe halt so durch den Vergleich anstellen, mein Leben und sein Leben. Also das Buch ist Fiktion. Es ist nicht die Geschichte vom Autor selber, die zwar auch im Ersten Weltkrieg gewesen ist, aber es ist jetzt nicht eins zu eins sein Leben. Es ist erfunden. Es hat aber so passiert sein, sagen wir es so. Und trotzdem ist natürlich der Kriegshalltag, das Leid, all das. Und ich habe so im Zug, das Buch am Lesen, gerade in der Lehre. Und habe gedacht, hey, ich darf einfach nie mehr mich beschweren über irgendetwas. Weil, ja, schau, was der erlebt oder erlebt hat. Und, ja, darum ist es mir, glaube ich, so geblieben, weil ich halt gerade so ein bisschen im gleichen Alter war. Hast du vor diesem Buch irgendwie eine Vorstellung vom Ersten Weltkrieg gehabt? Oder wie hat das vielleicht eben auch die Fassade gebrochen oder dein Verständnis davon verändert? Ehrlich gesagt ist halt immer, durch den riesigen Schrecken vom Zweiten Weltkrieg, ist der Erste Weltkrieg immer so ein bisschen, ja, wie gar nicht so. Also ich zumindest, habe gar nicht so oft an den gedacht. Und, ja, also schrecklich sind natürlich, es ist ein Krieg, sind beide unglaublich schrecklich. Aber natürlich hat man ein bisschen weniger vom Ersten gehört. Und darum habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht so eine grosse Vorstellung gehabt. Jetzt auch vielleicht ein bisschen altersbedingt. Also, jetzt habe ich mich noch nicht so viel mit dem auseinandergesetzt. Aber ich habe eigentlich durch das dann wirklich so einen mega tiefen und krassen Einblick dann bekommen. Und durch das Buch. Das Buch ist ja zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erschienen. Und ist ja dann auch verboten worden. Genau. Also da haben wir jetzt natürlich auch die Fassade einfach von früher. Also heute würde ich sagen, weiß man, der Krieg war schrecklich gewesen. Unglaublich viele Tote und alles. Aber damals wollte man natürlich auch, man wollte das gar nicht so genau wissen, dass das so schlimm gewesen ist. Weil man hatte den Zweiten Weltkrieg schon ein bisschen im Kopf gehabt und eigentlich wollte die Leute motivieren. Oder wie das Lügen, oder dass da überhaupt etwas so Schlimmes passiert wurde. Weshalb seine Bücher ja dann auch verboten und verbrennt worden sind. Du hast eigentlich gerade das Gegenteil gemacht. Du hast dich noch tiefer mit dem Buch befasst. Du hast es für deine Berufsmatur gebraucht. Ja. Liebe. Also ich habe es vor der Matur eben gelesen, einfach unabhängig. Und als dann die Matur, die deutsche Matur kam, bekommst du ja diese Liste über mit Werken, die sollst du eines davon auswählen. Und dann habe ich das gesehen und dachte, das muss ich haben. Das habe ich gelesen. Ich habe es halt wirklich gut gefunden. Ich habe gemeint, du kannst viel besser über etwas sprechen, wenn es dir wirklich gefallen hat. Das ist für mich immer so schade. Es bricht mir jetzt rückwirkend auch immer so ein Herz. Wie es mich auch immer angeschissen hat, in der Schule über ein Buch zu reden. Also ich hatte auch so einen Magic Moment mit einem Buch. Aber sonst war es immer so ein bisschen Stress. Und so, es schiesst mich an. Und du hast ja auch mega Freude gehabt an diesem Buch. Wieso ist es sich in einem so schulischen Kontext mit befasst für dich spannend gewesen? Ehrlich gesagt, hatte ich es nachher fast noch lieber. Also natürlich, der Stress macht es einfach ein bisschen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe mich halt wegen dieser Matur auch noch viel tiefer mit der Sprache auseinandergesetzt. Mit den verschiedenen Perspektiven, mit stilistischen Elementen und so. Und je mehr, also ich habe es immer besser gefunden. Und vielleicht bin ich jetzt auch vielleicht so Fan, weil ich einfach mich so tief dort hinein gelesen habe. Und wirklich gemerkt habe, wie viel das Buch eigentlich hergibt. Also auch aus schulischer Sicht. Das ist immer so ein... Das macht mich auch immer sehr... Also ich finde mich dann selber auch immer sehr cool, wenn ich so mega viel über ein Buch weiss. Was dieser Podcast super toll macht für mich und mein Ego. Aber ich finde es so schön, wenn du so anstehen kannst und sagst, hey, und der Kontext von diesem Autor, von dieser Autorin ist das. Und die Geschichte, die dazu entstanden ist. Und siehst du die Wortkonstellation, die da gebraucht wird. Ja, das ist genau wegen dem und dem, wo ich das Lieben bin. Man muss einfach das richtige Publikum haben. Schlafen dann alle weg und sind so Friendship-Delete. Wir haben ja aber auch in diesem Podcast immer so am Schluss eines Buchs gesagt, hey, was ist es? Was ist es für eine Stimme? Etc. Heute haben wir uns für Wetter entschieden. Wie würdest du das Wetter von diesem Buch beschreiben? Ich entscheide mich für das Gewitter. Für einen Sturm. Vielleicht nicht mal Gewitter, einfach Sturm. Und zwar nicht das ganze Buch durch. Es hat einen durchaus ruhigeren Teil in diesem Buch. Und es ist jetzt nicht immer Artillerie und mega Action und alles. Aber ich finde, am Schluss ist es doch einfach so ein riesiger, gewaltiger Sturm. Und es gibt ja noch eine Verfilmung dazu, die jetzt kürzlich rausgekommen ist. Und die Stimmung von diesem Film, das Graue. Ich meine, nur wenn man schon einen Trailer gesehen hat, irgendein Poster, das ist das Graue, Dunkele. Das fängt es irgendwie mega gut an. Das ist übrigens eine super Verfilmung. Kommen wir zum nächsten Buch. Piff, Puff, Puff. Mhm. Mhm, du wirst schon die Augen gross aufreissen. Wieso? Das Buch hat eine Thematik und eine Sprache, die sehr heftig ist. Und ich habe das Buch einmal in der Pause beim Arbeiten gelesen. Und dann bin ich wieder zum Arbeiten gekommen. Einfach so, boah. Ich brauche, glaube ich, nochmal zehn Minuten, einfach zu mich nochmal beruhigen. Also es ist wirklich, es ist heftiges Zeug da drin. Und es wird auch nicht geschont. Es geht um Prostitution in der Schweiz. Genau. Und Aline Wüst ist eine mega beeindruckende Journalistin. Und sie hat sich ja auch mega in die Recherche hineingestürzt. Total. Sie hat mit BordellbetreiberInnen gesprochen. Sie hat auf Sexannoncen geantwortet. Sie hat Gespräche mit Prostituierten geführt. Sie ist sie auf der Strasse ansprechen. Sie ist sogar Geld von einem Freien eingetrieben. Und sie ist dann mit ihnen auch bis auf Bulgarien, also in das Heimatland zurückgegangen. Also eine mega umfangreiche Recherche. Wie merkt man das im Buch? Man merkt es total, weil einfach, es wird ziemlich schnell klar, dass die Frauen nicht mit jedem sprechen. Also jetzt gerade eben in Bezug auf wirklich die Prostituierten. Sie hat ja auch noch mit Anwälten und ganz viele zuständige Leute. Freie selber, ja. Also sie hat mit so vielen Leuten gesprochen. Aber man merkt mit diesen Frauen, die kommen nicht einfach, ah, du willst ein Interview, easy. Früge, was du willst. Das braucht Zeit und das braucht Vertrauen. Und sie sagt auch, sie haben wie merken, dass das authentisch ist. Dass das nicht einfach, hey, ich muss jetzt schnell ein Buch schreiben, halbes Jahr, hast du Zeit. Sondern sie hat sich Zeit genommen für das. Und das merkt man. Und man merkt auch, wie die Frauen immer mehr dann aufgehen und halt ja mit ihren Spätzen und Sachen erzählen. Du hast schon gesagt, Sprache ist recht krass. Ich würde diese Sprache jetzt gerne hören. Magst du etwas vorlesen? Mhm, mag ich. Aber ich habe wirklich, ich habe mich wirklich ein bisschen schwer daran, was ich vorlesen soll, weil, wie gesagt, es ist heftige Sprache und ich möchte nicht einfach etwas aus dem Kontext nehmen, damit es ein bisschen schockt. Darum habe ich mich für die Stelle entschieden. Ich stelle in Diskussionen immer wieder fest, dass sich die Leute nicht mit dem Thema Prostitution auseinandersetzen wollen. Wir schauen über vieles hinweg, wollen Tatsachen nicht wahrhaben. Wer sich wirklich vertieft mit Sexarbeit auseinandersetzt, hat plötzlich nur noch wenige Gesprächspartner. Und das merkst du wirklich, wenn du anfängst, über Prostitution zu sprechen, auch im Rahmen mit diesem Buch. Ich habe natürlich auch, ich habe das Buch gelesen und wochenlang jetzt nur noch von dem geredet. Und du schockst die Leute. Also, wenn du mit Aussagen von SexarbeiterInnen selber hinten führst und auch Leute mit diesen Aussagen konfrontierst. Was hast du noch das Gefühl, hat man für ein Bild von Sexarbeit in der Schweiz? Wird das da auch wieder widerspiegelt? Ja, also sie befragt eben sehr unterschiedliche Personen, auch gewisse Männer, die diesen Dienst auch in Anspruch nehmen. Und ich glaube, allgemein ist es schon so ein bisschen in der Schweiz, es ist legal, es wird auch teilweise so ein bisschen ein feministischer Twist hineingebracht. So, hey, die Frau sollte doch selber entscheiden, was sie macht. Und wenn das Sexarbeit involviert, dann soll sie das auch machen dürfen und so. Darum, ich finde, es ist sehr so, ich will sagen, so ein bisschen liberal, so lassen machen und so weiter. Und ja, stimmt natürlich schon bis zu einem Grad, wenn das jemand wirklich freiwillig macht. Aber das Buch behandelt halt auch mega viele Themen wie Menschenhandel und das Loverboy-Phänomen, wo wie eigentlich ein Mann eine Frau dazu bringt, dass sie sich prostituiert, aber immer mit dem Hinblick, hey, ich bin dein Freund, wir brauchen das Geld, hilf mir, das Geld eintreiben. Und so, das ist, ja, es sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, um das alles zu erklären, lese das Buch. Aber ja, voll, also es tut sich natürlich auch mit ganz vielen anderen Themen auseinandersetzen, die mit Prostitution zusammenspielen. Und nicht halt nur, hey, ist das jetzt ihre Entscheidung oder nicht. Es ist ja auch ein mega verstricktes Netz an verschiedenen zusammenhängenden Gesellschaftsbereichen, sozusagen, und ich glaube, das bringt das Buch mega gut führen. Wie sieht es wettertechnisch aus? Ist es gerade ein bisschen abrupter Wechsel, aber was würdest du da meinen? Das ist jetzt so ein bisschen, ja, ich habe mir das überlegt, wieso diese seltsame Ruhe vor dem Sturm, also wenn es so, es wird ruhig, es wird plötzlich unheimlich dunkel, obwohl es eigentlich noch Tag ist und du weisst, jetzt kommt etwas. Und so das Gefühl habe ich beim Lesen. Oh, es kreifelt mich jetzt gerade drückt, ob man das so aufzählst. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zum dritten Buch überlegen. «Vor aller Augen». Genau, ja. Ein bisschen anders als das, was wir vorhin besprochen haben. Ja, ein bisschen positiver würde ich vielleicht auch sagen. Es ist cool, ich habe das Buch gesehen im Buchladen, das es gerade gekauft eigentlich. Ich bin zum Lesen gekommen, also wieder die letzte Motivation zum Anfangen gefällt. Und dann ist sie aber vorbeikamen auf eine Lesung in Winterthur. Das ist Martina Klavaretscher. Genau. Und ich habe gesehen, hey, sie kommt, ich habe das Buch zu Hause. Let's go. Und dann hat sie daraus vorgelesen. Und es ist, glaube ich, ja, noch ein paar Tage gegangen, fertig gelesen, was ich am Lesen war. Und dann habe ich gestartet. So gut war. Die Idee dahinter ist ja super cool. Genau. Also sie hat 19 verschiedene Gemälde ausgewählt. Und dann den Frauen, die auf diesen Gemälden drauf sind, eine Stimme gegeben. Und manchmal hat sie wirklich das Gemälde reden lassen. Also die Person, die abgebildet ist, spricht. Und manchmal ist es der richtige Mensch, der eigentlich auf dem Bild ist. Also sie hat beides ein bisschen gemacht. Sie hat recherchiert dazu. Man muss aber sagen, dass natürlich für gewisse von diesen Frauen weiss man einfach fast nichts. Es geht halt um den Künstler und Künstlerin, nicht um das Modell. Und darum hat sie natürlich auch viel noch dazu gedichtet. Ich würde aber behaupten, wenn die Frauen das selber lesen würden, wären sie zufrieden damit. Was sind das für Frauen? Also es ist ja die Frau mit den Perlohringen. Das ist ja so etwas, das man gut kennt. Was trifft man sonst so für Gemälde im Buch an? Ganz viele, die ich einfach vom Gesehen her erkannt habe, hätte ich jetzt aber nicht den Titel und Künstler und alles, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gewusst. Aber Bilder, die man schon ein bisschen kennt. Aber auch ganz viele, die ich jetzt, wenn man jetzt nicht mega kunstinteressiert ist, weiss man, kennt man die Bilder wahrscheinlich nicht. Und trotzdem hat man nachher durch diese Kurzgeschichte eine mega Verbindung plötzlich. Und ich glaube, wenn man es dann auch mal irgendwo sehen würde in einem Museum, hat man eine ganz andere Verbindung zu dieser Person, die da abgebildet ist. Du hast ja eine spezielle Verbindung zu einem von diesen Gemälde. Willst du uns das schnell vorstellen? Ja, mein Porträtbüste steht im Pantheon in Rom. Ich wusste von Anfang an, wo ich hingehörte. Und da bin ich jetzt im Pantheon neben Raphaelskopf. Das ist ein Ausschnitt von Angelika Kaufmann. Es ist ein Selbstporträt von ihr. Also wir haben hier eine Künstlerin, die sich selber abgebildet hat und selber noch erzählt. Und ich finde, der Abschnitt zeigt mega gut, wie bekräftigend und positiv das Buch ist. Es hat auch ein bisschen traurigere Geschichten drin, das schon. Aber die meisten sind wirklich einfach Frauen, die einfach cool drauf sind, mega lässiges Zeug zu erzählen haben, wissen, was sie wert sind. Und einfach, ja, erzählen, wie gut sie sind und was sie können und wieso sie abgebildet sind dürfen. Und es ist mega positiv und so bestärkend. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Vor allem dann der Moment, wo du ja Angelika Kaufmann sozusagen irgendwie noch angetroffen hast. Sag jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, also kleine Anekdote. Als ich in den Ferien war in England, waren wir in einem grossen Herrenhaus. Und dann hat so ein netter älterer Herr uns dann gefragt, hey, von wo sind ihr eigentlich? Also er hat dort in dem Rahmen von diesem Herrenhaus so Führungen gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, von der Schweiz. Und dann haben wir gesagt, oh, da müssen sie unbedingt ins Zimmer so und so. Dort hängt eine originale Angelika Kaufmann, ein Gemälde von ihr. Und ich habe mich dann natürlich mega gefreut, weil ich erst gerade über sie gelesen habe und dann ein originals Bild von dieser Künstlerin kann können anschauen. Das ist so ein Magic Moment. Aber ich hoffe, du würdest nicht das Buch wie das Wetter in England beschreiben. Nimm es nicht an, oder? Nein. Ja, ich würde es beschreiben mit so einem warmen, schönen Sonnenaufgang. Im Sommer, es ist frisch, es ist ruhig, man ist ungestört und man freut sich einfach auf das schöne Wetter, das kommt. Bin ich down dafür. Gut, bei diesem Buch stelle ich mir das Wetter ein bisschen anders vor. «I'm glad my mum died». Ja. Ja, ich weiss gar nicht, wo anfangs war. Ja, also es wird ein bisschen vermarktet, auch mit dem Cover als sehr humorvoller Umgang mit Trauma. Ich finde, es ist schlecht vermarktet, weil es ist überhaupt nicht humorvoll. Das Buch ist mega intensiv. Es ist erdrückend. Es ist schlimm. Und ich finde das humorvoller, das hat man auf dem Cover. Das hat sie heute sicher auch, die Schauspielerin. Aber irgendwo, ich finde das nicht. Also ich finde, das muss man wissen, wenn man das Memoir, die Biografie in die Hand nimmt, sollte man wissen, hey, da kommt Heftiges auf mich zu. Die Schauspielerin ist Jeanette McCurdy. Sie kennt man vor allem von iCarly, Victorious. Das ist die blonde Schauspielerin, die meistens immer die Kollegin von einer der Hauptprotagonisten war. Würde man ja dann eben meinen, hey, alles easy, alles cute, Kinderstar. Aber langsam wissen wir ja, dass das nicht so der Fall ist. Also ich bin auch mit ihr so ein bisschen aufgewachsen. Ich habe ihre Serie sehr gerne geschaut. Und sie hatte ja einen sehr coolen Charakter bei iCarly. Und hat immer gewusst, was zu sagen. Und sie hat immer einen durchgegeben und so. Und darum habe ich es natürlich auch sehr gerne gehabt. Ich habe sie auch, als ich älter geworden bin, so ein bisschen verfolgt auf Social Media und so. Und habe dann auch gemerkt, hey, es kommen mega schräge Bilder, Thematiken wie Essensstörungen, Bulimie ist immer wieder gekommen. Und alles. Ich habe immer gewundert, hey, was ist bei dieser los? Was läuft da? Und dann ist das Buch rausgekommen. Und für mich war klar, hey, ich muss es lesen. Ich muss jetzt wissen, was das Mädchen, die junge Frau durchgemacht hat. Und ja, jetzt weiss ich es. Der Titel ist recht krass. «I'm glad my mom died». Was ist der Zusammenhang? Also in diesem Buch geht es eigentlich um ihre Kindheit mit ihrer Mutter. Also die zwei haben ein ganz ungutes Verhältnis. Also nicht unbedingt schlecht immer, aber ein sehr toxisches Verhältnis zueinander. Und die Mutter ist eben krebskrank gewesen. Und ihre Gesundheit ist immer so ein bisschen auf und ab. Manchmal geht es ihr besser, dann hat sie wieder Rückfälle gehabt. Und sie hat teilweise eben auch diese Krankheit gebraucht, um so ein bisschen Schuldgefühl auf die Tochter abwälzen. So ein bisschen, hey, ich lebe vielleicht gar nicht mehr lange. Und für ein kleines Mädchen ist es natürlich unglaublich schwierig, um mit so etwas zu umzugehen. Und ja, es geht dann einfach darum, wie ihre Mutter, also so ein bisschen klassisch, die Mutter ist nicht berühmt worden, also weil sie das Tochter schafft. Und sie halt pusht, wo es nur geht, Essensstörungen eigentlich initiiert hat, also wo das aufgleist hat. Und eigentlich schon ein kleines Mädchen auf irgendwie fünfmal gewogen hat am Tag. Und also wirklich auch so ein bisschen Trigger-Warning vielleicht. Also gerade Thema Essstörungen wird da sehr explizit besprochen. Und ja, heftig. Also auch, wenn man jetzt nie so eine Krankheit gehabt hat, hat man, wow, also, ja. Wollen wir mal etwas daraus hören, vorlesen? Also ich habe es auf Englisch gelesen, darum ist meine Stelle jetzt auch auf Englisch. «I want my life to be in my hands, not an eating disorders or a casting director or agents or moms. Mine.» Und ich finde, das Zitat zeigt mega gut, um was es in dem Buch geht. «Es geht um eine junge Frau, die einfach mal selber entscheiden können können und nicht immer will, ja, nur das machen, was andere sagen, sondern selber.» «Ihres Ding.» «Ja.» «Sondern diesen Satz finde ich, könnte man auch in anderen Memoiren lesen, vor allem wenn es um berühmte Persönlichkeiten geht, um Kindersarzt geht. Es ist ja eine riesige Promi-Welt, die finden wir ja super toll und die fasziniert uns ja auch immer. Aber warum, glaubst du, kauft man denn die Bücher? Inwiefern faszinieren die uns dann noch?» «Bei mir persönlich war es jetzt halt, einerseits, ich kenne sie, ich habe die Schauspieler nicht gekannt. Ich habe natürlich früher auch immer so ein bisschen gedacht, hey, mega cool, die hat sicher ein mega cooles Leben. Also jetzt wirklich der persönliche Bezug, weil ich sie halt gerne geschaut habe. Es ist halt auch etwas Aktuelles im Moment. Ich habe das Gefühl, viele machen langsam ein bisschen auf und sagen dann, hey, im Fall so glänzig und wunderschön ist es gar nicht, wie ihr alle meintet. Und vielleicht auch, weil sich viele erst jetzt langsam mit ihren Traumaten auseinandersetzen und erst jetzt überhaupt Kapazität haben, zu sagen, hey, wisst ihr, ich muss euch etwas erzählen. Und bei mir ist es jetzt bei diesem Buch speziell wirklich so ein bisschen der persönliche Bezug gewesen zu der Autorin. Wie würdest du das persönliche Wetter davon beschreiben? Ich habe mir das so vorgestellt, wenn es, es ist zwar bewölkt, also nicht wirklich sonnig, aber der Himmel ist so mega grau und es blendet einen die ganze Zeit. Und am liebsten würde man eine Sonnenbrille anlegen, aber es würde so blöd aussehen, weil sie ja eigentlich grau ist und vielleicht sogar noch regnet. Aber es ist einfach so unangenehm, hell, ein bisschen schwül. So stelle ich mir das Wetter vor. Das ist so eine gute Beschreibung, Liria. Krass, die holt mich mega fest ab. Hey, wir sind schon am Schluss angekommen von unserem Gespräch. Ich habe dir so gerne zugelassen, ich will jetzt wieder das einzelne Buch lesen. Aber was mich jetzt noch wundern, wird eben, du tauchst gerne in andere Welten hinein. Du wolltest es herausfinden, du wolltest deep diven und nachdenken in diesem Moment. Und wie haben die Geschichten, die Bücher dich als Person geprägt oder dein Ausblick aufs Leben, so zum Schluss? Ich glaube, ich habe von jedem Buch wirklich irgendetwas mitnehmen können, das mir im Entferntesten auch in meinem Alltag irgendwie etwas bringt. Ja, also Alltag oder vielleicht auch einfach meine Einstellung zu gewissen Sachen. Jetzt gerade, wenn man das Prostitutionsbuch anschaut, oder man hat wie, ich habe jetzt eine Meinung, ich habe mir eine Meinung können bilden, ich kann mit jemandem darüber sprechen und auch bei den anderen Büchern. Ich meine, gerade, wenn du irgendwie liest, ist eben jemand, der so mit Essensstörungen kämpft und dann kannst du vielleicht auch so jemanden einfach besser verstehen, was geht da innerlich alles vor. Also jedes von diesen Büchern hat mir irgendwie so etwas mitgeben für das Leben, auch wenn ich gewisse von diesen Situationen zum Glück nie erleben werde. Und trotzdem hätte es mir etwas geben können. Ich weiss wieder etwas mehr. Und ja, auch im Umgang mit anderen Menschen hilft es mir vielleicht, die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Das finde ich einen mega schönen Schlusssatz. Danke vielmals. Libia, es war mega schön. Wirklich, danke vielmals. Bis dann da gewesen. Und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Leserzeit. Und wir sehen uns bald. Tschüss zusammen.